So, Thomas, wenn ich dich angucke, dann muss ich allerdings sagen, dass du ein gefährlicher Gegner bist. Willst du es trotzdem wagen? Willst du es wagen? Ich bin nicht so schwindelfrei, ich kann das nicht so gut balancieren. Das ist gut, dann musst du rein. Du hast dazu drei Minuten Zeit. Nikola, lass euch nicht verwirren. Wieso, wer ist jetzt drin? Die Treppe, Nikola, geh die Treppe hoch. Du sollst erstmal gucken, wo der Schlüssel ist. Du sollst erstmal gucken, wo der Schlüssel ist. Ja, dann geh. Moment. Guck dir das Spiel zuerst an. Du darfst da nicht reinspringen. Ja, gut. Super, Nikola. Schau mal an der Wand, da geht's zum Stück. Machst du toll. Sehr gut. Klasse. Du bist ja groß genug. Ganz langsam. Ich hab mir ja nur im Kopf angehauen. Ganz langsam. Ganz langsam. Vorsicht jetzt. Vorsicht. Das ist schmaler. Vorsicht, das ist doch. Schmaler. Schmaler. Vorsicht, Vorsicht. Ja, nimm den Fuß, der ist richtig. Nimm den Fuß. Vorsicht. Ja. 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 Ja, super. Super. Kannst du überhaupt stehen drauf? Probier Sprit. Ja, super. Ja. 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 Ein Ausfallschritt. Ein Ausfallschritt. Genau. Und jetzt balancieren. Super. Du hast Zeit. Du hast noch nicht mal die Hände rum. Gutes Thema. Du machst das ganz prima. Klasse. Schönen. Schön. Die nächste Lücke ist ganz zu groß. Das schaffst du besser. Schöner jetzt. Ja. Komm. Lass dir ruhig Zeit. Lass dir Zeit. Du hast noch Zeit. Sie schockt es. Super. Genau. Ha ha. Ja. Das ist so eine vielbeschützende. Ganz langsam. Überstürz nicht. Vor allem stürz nicht. Doch. Lass dir ruhig Zeit. Ja. Das machst du ganz toll. Immer im Ausfallschritt über die Dinger rüber gehen. Immer im Ausfallschritt rüber. Schön. Wenn sie fällt, ist sie verloren. Dann ziehen die wieder raus. Noch einen Ausfallschritt. Du hast noch Zeit. Aber du musst dich etwas beeilen. Ja. Ja. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ja. Lass dir Zeit. Hier ist eingeschlossen. Warum ist er eingeschlossen? Wir können ja auch machen. Es war doch ein genügend Feucht eigentlich. Wir seid mir zu gefährlich. Ihr seid mir zu stark. Ja. Ja. Vielen Dank.